Oster-Eier Jedes Jahr versteckt Professor Mayer für seine Enkelkinder Ostereier. Doch diesmal hat's der alte Herr für wahr besonders schwer gemacht, der Schaar. Die Kinder krabbeln rum in allen Ecken und können gehensches Osterei entdecken. Sie gucken ins Klavier in jede Vase, durchwielen ein Sofa, nirschens war der Hase. Die Eiersucherei kommt nicht vom Fleck. Da plötzlich kriegt der Großpapa ein Schreck und sagt bedeppert, Ach du meine Gide, ich hab sie ja noch draußen in der Tide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 derologe die WM-2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020